Hallo Tobi. Hey Katja. Herzlich Willkommen hinter dem Türchen Nr. 22. Was hast du denn Du das Schickes? Ich bin jetzt gerade am auspacken und zwar ist es eine Einzelkochplatte Induktion von der Firma Rommelsbacher. Zeig mal her das Ding. Genau. Vorsichtig. Ich bin ja sowieso Outdoor-Koch-Fan, weil ich es lebe draußen. Hattest du den Nachbarn zuschauen, die Leute können kommen, spricht nichts im Auto, ist doch Wunderbärchen. Genau. Es ist ja wahrscheinlich so wie zu Hause daheim mit dem Induktionskochgerät oder Induktionsherd. Einfach, sauber, ordentlich und ohne großen Vorbereitungen. Hübsch. Schönes Design. Genau. Sechs Direktwahlprogramme mit Temperatur. Wow. Du kannst sogar Joghurt machen. Genau. Ich lese das alles ab. Zehn Leistungsstufen mit kontinuierlicher Leistungsabgabe. Boost-Funktion für schnelleres Erhitzen. Tastensperre als Schutz gegen unbeabsichtigte Bedienung. Zehn Stunden Zeitschaltuhr, Topferkennung, Restwärmeanzeige und vieles mehr. Ja, ich kann mich erstmal damit beschäftigen. Orientieren müssen. Genau, genau. Aber ab jetzt ist es ziemlich einfach. Ja. Stecker einstecken, einschalten, loslegen. Genau. Und gutes Gelingen. Mahlzeit. Schönes Weihnachtsessen wünschen wir euch. Guten Appetit. Tschüssi. Tschüssi.